Vorlage, Infobox, Ort in der Türkei, Wartung, Landkreis ohne Einwohner oder Fläche Ankara, früher Angora, ist seit 1923 die Hauptstadt der Türkei und der gleichnamigen Provinz Ankara. Die Stadt, die nach türkischem Recht als Großstadtgemeinde verfasst und nunmehr flächen- und einwohnermäßig mit der gleichnamigen Provinz identisch ist, hatte 2015 5,27 Millionen Einwohner und ist damit nach Istanbul die zweitgrößte Stadt des Landes. Etymologie und Name der Stadt Die genaue etymologische Herkunft des Namens Ankara ist nicht bekannt. Pausanias berichtet, dass König Midas an der Stelle einen Anker gefunden haben und die Stadt dann dort dem Gegenstand entsprechend als Anzyra gegründet haben soll. Stephanos von Byzanz behauptet, die Galater hätten im Kampf gegen die Pitholeme aus Ägypten nach dem Sieg einen Anker als Kriegstrophäe mitgebracht und diese Bezeichnung bei der Gründung der Stadt im Stadtnamen verewigt. Es sind Münzprägungen mit Ankermotiv bekannt. Dagegen gibt es Hinweise, dass die Stadtbezeichnung schon seit den Frühgern oder gar den Hethitern in einer ähnlichen Form benutzt und später von den Griechen zu Anzyra umgewandelt wurde. Ähnlich wurde in der islamischen Zeit Ankeras die These aufgestellt. Die damals Engrü genannte Stadtbezeichnung stamme von dem persischen Wort für Traube ab, das sich auf die üppigen Weinanbaugebiete um Ankara beziehe. Am 28. März 1930 erhielt die Hauptstadt anstelle der in der lateinischen Schrift bis dahin üblichen neugriechischen Namensform Angora die offizielle Bezeichnung Ankara. Diese Schreibweise war im Osmanisch-Türkischen seit dem 19. Jahrhundert in amtlichem Gebrauch. Frühere Namensformen waren Griechisch Anküra, Arabisch Ankira und Anküriya sowie Türkisch Engürie, Engüri und schließlich Ankara. Geografie und Klima Ankara liegt rund 900 Meter bis 1050 Metern über dem Meeresspiegel und hat ein streng trockenes Kontinentalklima, das durch heiße, trockene Sommer und kalte, schneereiche Winter geprägt ist. Die Stadt liegt nördlich am Fuße des Keroğlu-Gebirges und zieht sich südlich in Richtung Konya-Plateau. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 11,7 Grad Celsius. Die wärmsten Monate sind Juli und August mit durchschnittlich über 1,20 Grad Celsius, die kältesten Januar und Februar mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die meisten Niederschläge fallen im Mai mit durchschnittlich 56 Millimetern. Die geringsten Niederschläge werden für die Monate Juli und August mit je 13 Millimeter im Mittel verzeichnet. Die Jahressumme der Niederschläge beträgt 417 Millimeter, damit ist Ankara eines der trockensten Gebiete der Türkei. In der Stadt vereinigen sich zwei kleine Bäche namens Hatipçayi und Kubukçayi zu dem Ankara-Fluss, der in der Stadt größtenteils überbaut und stark verschmutzt ist. Geschichte Antike und byzantinische Zeit ursprünglich eine blühende phrygische Siedlung an der persischen Königsstraße. Wurde es Zentrum des keltischen Stammes der Galater, die etwa 230 v. chr. In Kleinasien siedelten. 189 v. chr. Wurde an Syrer von Gnaeus Manlius wohl so besetzt, blieb aber unter regionaler Herrschaft. 25 v. chr. Wurde es Hauptstadt der römischen Provinz Galatien. Aus der Zeit erhalten geblieben ist der Augustustempel, die römischen Bäder und die Julian-Säule. Bei der Teilung des römischen Reiches nach dem Tode des Kaisers Theodosius I. Im Jahr 395 fiel die Stadt an das oströmische Reich, das später byzantinisches Reich genannt wurde und gehörte bis 1073 zu diesem. 620 eroberten verrückende Sassaniden die Stadt und hielten sie sieben Jahre. Die Byzantiner machten die Stadt von 717 bis 775 zum militärischen Hauptquartier ihrer Verwaltungseinheit Bukelerin. Ankara wurde mehrmals von arabischen Truppen unter den abbathidischen Kalifen Harun Araschid und Almud Asimbi El Elaha erobert und von den Byzantinern nach einigen Jahren wieder eingenommen. Die von den Byzantinern als heretische Gruppe bezeichneten Paulikianer konnten die Stadt kurz einnehmen. Sie wurden wie die Truppen der Abbasiden ebenfalls wieder zurückgeworfen. Aus der byzantinischen Zeit stammen die eindrucksvollen Befestigungsmauern der Zitadelle sowie die in den Augustustempel eingebaute Kirche, von der noch die Absis und die kleine Krypta erhalten sind. Nach dem Sieg Alp Aslans in der Schlacht bei Mansikat 1071 löste sich die byzantinische Reichsverwaltung in Anatolien vorübergehend vollständig auf. In den so entstandenen anarchischen Verhältnissen ließen sich türkische Stammesgruppen in Anatolien nieder, denen oftmals rivalisierende Adelsfraktionen in den byzantinischen Städten Kleinasiens die Tore öffneten, um die militärischen Fähigkeiten dieser Gruppen für eigene Zwecke zu nutzen. Im Zuge der Konsolidierung und Zentralisierung der Herrschaft dieser türkischen Gruppen unter einer seldjukischen Nebenlinie geriet Ankara unter die Herrschaft des Sultanats der Rum Selchuken. Nach dem Mongolen-Einfall 1243 und dem Zusammenbrechen des seldjukischen Staates übernahmen kleine unabhängige Fürstentümer, die Beileks, die Kontrolle über die westanatolischen Grenzgebiete, während Ost-Hanatolien und das östliche Mittel-Hanatolien unter die direkte Herrschaft der mongolischen Ilchane und später auch unter die Herrschaft türkischer Fürsten fielen. Hierbei lag Ankara im Grenzgebiet zwischen den Grenzfürstentümern, der UC, namentlich der Osmanen und der Karamanen und dem Herrschaftsbereich der Ilchane. In diesem Herrschaftsvakuum geriet Ankara wie vergleichbare Städte unter die Leitung der AHAI. Die AHAI waren als Ausläufer der Future-Wa-Bewegung gildenartige Bruderschaften der städtischen Bevölkerung, etwa der Handwerker, deren Führer in Abwesenheit anderer Herrschaftsinstanzen staatliche Aufgaben in Anspruch nahmen. 1356 eroberte Orhani Ankara und gliederte es ins Osmanische Reich ein, welches dessen Entwicklung fortan, mit der Ausnahme der Besatzung 1401 bis 1402 durch Timur nach der Schlacht bei Ankara bis zum Ersten Weltkrieg, bestimmen werden sollte. Ankara war Hauptstadt eines Sensshak im Ayelet-Anadolu und wurde 1841 Verwaltungssitz des neu gebildeten gleichnamigen Ayelets. Seit 1892 ist Ankara durch die Anatolische Eisenbahn mit Istanbul verbunden. Nach der Niederlage der Osmanen im Ersten Weltkrieg besetzten alliierte Streitkräfte die damalige Hauptstadt Istanbul. Auch Ankara wurde 1919 für eine kurze Zeit nach der osmanischen Kapitulationserklärung von alliierten Truppen unter der Führung Withals besetzt und wiedergeräumt. In anatolischen Kernland formierte sich gegen die Besatzungsmächte Widerstand. Und nach der Ankunft Mustafa Kemals in Ankara Ende 1919 wurde 1920 die große Nationalversammlung der Türkei ausgerufen. Da das Osmanische Parlament in Istanbul unter dem Druck der britischen Besatzung stand und viele seiner Abgeordneten nach seiner Auflösung durch, die Briten inhaftiert und nach Malta deportiert wurden. Als die griechischen Besatzungs-Truppen 1921 bis nach Polatli und der Artilleriebeschuss schon in Ankara zu hören war, gab es im Parlament Überlegungen nach Kayseri umzuziehen, wovon nach der erfolgreichen Schlacht am Sakaria abgesehen wurde. Mit dem endgültigen Sieg der von Kemal Atatürk geführten Truppen im türkischen Befreiungskrieg wurde Ankara wegen seiner Lage in Zentralanatolien und in bewusster Abgrenzung zur osmanischen Hauptstadt Istanbul im Vorfeld der Ausrufung der Republik am 13. Oktober 1923 zur Hauptstadt erklärt. Als repräsentative Hauptstadt der jungen Republik musste zunächst die Infrastruktur bereitgestellt werden. Die Stadt war durch einen Brand 1917 größtenteils zerstört worden, die Umgebung war versumpft und hinzu kam ein stetiger Zustrom von Menschen. In acht Jahren vervierfachte sich die Bevölkerungszahl von ca. 25.000 auf 100.000 zur Neukonzeption wurde größtenteils auf deutsche Architekten zurückgegriffen. So basierte die grundlegende Stadtplanung auf einen von Karl Christoph Löcher für 1924 bis 1925 entwickelten Plan, der aber im weiteren Verlauf aufgrund stärkeren Zuzugs neu bewertet und von dem ab 1929 im türkischen Dienst stehenden Hermann Jansen im sogenannten Jansen-Plan neu konzipiert wurde. In den folgenden Jahrzehnten musste die Stadtverwaltung sich mit der Landflucht auseinandersetzen, die in Gätschäkonduvierteln sichtbar wurde. Spätestens seit den 1950ern wurde immer stärker auf repräsentative Bauten verzichtet. Das Stadtbild im Zentrum dominieren große funktionale Quad-Erbauten und Verkehrsstraßen. Die als grüne Stadt inmitten der anatolischen Steppe geplante Hauptstadt verlor stark an städtischer Grünfläche. Mitte der 1980er Jahre versuchte die sogenannte TOKI türkeiweit das Wohn- und Platzproblem mit billigen Hochhaussiedlungen zu lösen, welche seitdem das Stadtbild Ankaras dominieren. Seit 1994 ist der islamisch-konservative Meli Gökcek der Oberbürgermeister. Im Jahre 2009 wurde die Stadt für ihre herausragenden Bemühungen um die europäische Integration mit dem Europapreis ausgezeichnet. 2014 wurde der neue Amtssitz des Präsidenten eingeweiht. Der trotz gerichtlichem Baustopp auf der Grünfläche der Waldfarm Atatürks errichtet wurde und knapp eine halbe Milliarde Euro kostete. Am 10. Oktober 2015 kam es während einer Demonstration am Bahnhof der Stadt zu einem terroristischen Sprengstoffanschlag mit über 100 Toten. Wappen Das Wappen der Stadt ist ein langjähriges Streitthema. Das jahrzehntelang akzeptierte Wappen oder Emblem war die als hetetische Sonne bezeichnete scheibenförmige Standarte. Sie wurde 1995 von dem damaligen und heutigen Bürgermeister Meli Gökcek der islamisch-konservativen Nakapi durch eine Abbildung der Kokatepe Moschee, die mit ihrer klassischen Architektur anderen Moscheen der Türkei sehr ähnelt und 1987 fertiggestellt wurde, ersetzt. Verschiedene Gerichtsbeschlüsse bemängelten die fehlende repräsentative Symbolik und kritisierten Befugnisübertritte des Bürgermeisters. Dieser integrierte als Reaktion daraufhin den Attakule-Fernsehturm in das Wappen. Später schlug Gökcek zwei Katzenaugen der Katzenrasse Türkisch-Angora als Wappen vor, der Vorschlag wurde aber aufgrund von Protesten zurückgezogen. Die Wappenfrage bleibt ein Streitthema. Wirtschaft und Infrastruktur Wirtschaft und Tourismus Ankara ist nicht nur das Verwaltungszentrum der Türkei, sondern gilt neben Istanbul und Izmir auch als eines der größten Wirtschaftszentren des Landes. Von Bedeutung ist die Rüstungsindustrie, wie die TUSAS-Türkisch-Aero-Space-Industries, die ASELSAN oder die MKI-Munitions- und Waffenindustrie, die Roketsan oder Havelsan. Des Weiteren existieren eine große Mann-Autobus-Fabrik in der Nähe des Flughafens, ein Traktorenwerk, ein Baumaschinenhersteller, sowie Betriebe der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, während die ehemals bedeutende Ziegen- und Wollhaarverarbeitung bedeutungslos geworden ist. Die Industriebetriebe konzentrieren sich größtenteils im Westen der Stadt. Das Einkaufs- und Handelszentrum der Stadt liegt größtenteils in Kizilei um den Kizilei-Platz. Ankara ist im Vergleich zu den anderen türkischen Städten wenig touristisch erschlossen. Dies wird zumeist mit dem vorherrschenden Image einer unbegrünten Beamtenstadt erklärt. Zu den meistbesuchten Orten zählt das Mausoleum des Staatsgründers und das Museum für Anatolischen Zivilisationen. Zumeist wird der Besuch im Rahmen einer größeren Tour wie Z.B. bei einer Reise nach Kapadokien organisiert. Für die religiösen inländischen Touristen ist die Haji Bayram Moschee eine Pilgerstätte. Ankara ist Sitz mehrerer Universitäten U.A. Der Universität Ankara, der Birkend-Universität, der Gazi-Universität, der Technischen Universität des Nahen Ostens, der HZP-Universität, der Top-Universität für Wirtschaft und Hochtechnologie, der UFUG-Universität, der Atelim-Universität, Kankaya-Universität und der Baskend-Universität. Straßen und ÖPNV Die Qualität der Straßen ist unterschiedlich. Während sie im alten Stadtkern Ulus schlecht ist, werden die Straßen um Kizile, den neuen Stadtkern, erneuert. Die achtspurige Ringautobahn O20 trägt zur Entlastung des städtischen Verkehrs bei. Wie in anderen Großstädten gibt es zahlreiche Taxis. Wie in den meisten türkischen Städten wird ein beträchtlicher Teil des öffentlichen Nahverkehrs von Dolmus übernommen. Der öffentliche Nahverkehr wird weitgehend mit Bussen abgewickelt. Es gibt mehrere Busbahnhöfe. Die U-Bahn besteht 2014 aus vier Linie M1, M2, M3 und Ankarai. Eine weitere Linie ist im Bau, eine Linie ist in langfristiger Planung. Daneben gibt es einen S-Bahn-Verkehr. Eine 3,2 Kilometer lange kuppelbare Umlaufseilbahn mit vier Stationen verbindet seit 2014 den Stadtteil Sentepe mit der Metrostation Jenimerhalle. Ankara besitzt mehrere militärische und einen internationalen zivilen Flughafen, den Esenboga Airport. Er liegt 28 Kilometer nordöstlich der Stadt und wurde zwischen 2004 und Ende 2006 grundlegend erneuert. Gleichzeitig wurde der Flughafen über eine Schnellstraße an die Ringautobahn angeschlossen. Eisenbahn Ankara wurde durch die Anatolische Eisenbahn Ende des 19. Jahrhunderts mit Istanbul und über einen Abzweig mit Izmir verbunden. Später wurden Strecken über Kayseri in den Osten des Landes zur Bagdad-Bahn Richtung Adana und über Karabük an die Schwarzmeerküste gebaut. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke Ankara-Istanbul wurde Januar 2009 in Betrieb genommen. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke Ankara-Konya ist seit dem 30. August 2011 in Betrieb. Hochgeschwindigkeitsstrecken nach Sivaskas und Izmir sind geplant und sollen bis 2015 fertiggestellt werden. Das TCDD-Azika-Wabuali-Lokomotiv-Müzesi beinhaltet verschiedene historische Zugmaschinen. Bevölkerung Ankara hatte vor 1923 eine Bevölkerungszahl von ca. 25.000. Nachdem es den Status als Hauptstadt erhalten hatte, entwickelte es sich zu der Stadt mit der drittgrößten Bevölkerung nach Istanbul und Izmir und steht 2014 landesweit an zweiter Stelle. Es gehört zu den Städten mit dem stärksten Zuzug von Binnenmigranten. Die ganze Provinz zählt 5.045.085 Bewohner. Seit der letzten Verwaltungsreform 2014 umfasst die Großstadtgemeinde Ankara das gesamte Gebiet der Provinz. Vor dieser Reform entfielen von den Einwohnern der Provinz 4.630.735 Bewohner auf die Großstadt Ankara. Auf Makro-Ebene betrachtet sind in Ankara fast ein Drittel der Bewohner Zentral-Anatoliens beheimatet. Die Stadtbevölkerung Ankaras lebt zu 97% in städtischer, zu 3% in dörflicher Umgebung. Im Zeitraum 1990 bis 2000 wuchs die Stadtbevölkerung ausgehend von 2.583.963 um 21,48%. Im Vergleich dazu betrugen die Wachstumsraten in Zentral-Anatolien in diesem Zeitraum 15,78% und für die gesamte Türkei 18,28%. Bevölkerungsverteilung nach Altersgruppen Während in Ankara 1.585.970 Bewohner beim Heimateinwohnermeldeamt Ankara gemeldet sind, gibt es eine größere Gruppe, die noch in den ursprünglichen Heimatprovinzen gemeldet ist. Die größte Einwanderung kommt aus den Provinzen Schorum mit 378.451, gefolgt von Yotsgate 332.198, Kankiri 236.406, 196.296 Kirseher, 184.5061 Kirikale und 151.386 Sievers, dementsprechend größtenteils aus Zentral-Anatolien. Von außerhalb Zentral-Anatolien kommen 103.319 Zuzüklern aus Erserum, gefolgt von 81.830 aus Kars und 82.305 aus Bolu. Die geringsten Zuzüge verzeichnet Ankara aus Kerklareli, Hakkari und Jalova. Die Bewohner sind größtenteils muslimischen Glaubens. Die Stadt kam früh mit dem Christentum in Kontakt. Nach der nordgalatischen Hypothese hat der Apostel Paulus von Tarsus die Bewohner Ankaras im 1. Jahrhundert zum Übertritt zum Christentum aufgerufen. Mit den Byzantinern wandelte sich der römische Augustustempel zu einer bedeutenden Kirche der Stadt. 1520 betrug der Anteil der Nichtmuslime in der Stadt 10% und erhöhte sich durch den Zuzug meist katholischer Armenier im Jahre 1830 auf 45%. Im Zuge der ethnischen Spannungen im Vorfeld des Ersten Weltkrieges und der Deportation der Armenier ist die christliche Gemeinde stark geschrumpft. Die Stadt besitzt einige modernere Kirchen. Auch eine 100 Mitglieder umfassende jüdische Gemeinde mit einer Synagoge existiert. Ankara war Geburtsort zahlreicher prominenter Persönlichkeiten. Stadtbild Die verwinkelten, engen Gassen der Altstadt winden sich um einen steilen, von der Zitadelle gekrönten Felskegel. Südlich der Altstadt und des alten Stadtzentrums Solus erstreckt sich die moderne Neustadt mit den neuen Zentren Kizilei und Kavaklidere. Deren Kennzeichen breite Boulevards, zahlreiche Regierungsgebäude und Botschaften sowie moderne Wohnviertel sind. Insbesondere im westlichen Teil der Stadt entstehen Neubausiedlungen, um dem wachsenden Bedarf an Wohnfläche zu entsprechen. Trotz dieser Anstrengungen gibt es noch sehr viele Marginalsiedlungen. Die heutigen Strukturen erhielt Ankara im Wesentlichen durch den deutschen Städtebauer Hermann Jansen, dessen Planungen Ende der 1920er Jahre umgesetzt wurden. Im Stadtteil Hammermenü in der Stadtgemeinde Altindag wurden ab 2009 historische Häuser im Stil des 19. Jahrhunderts restauriert und beherbergen nun Cafés, Galerien und Souvenirläden. In den letzten 15 Jahren wurde die Braunkohle als Heizmittel weitgehend vom umweltfreundlicheren Erdgas ersetzt. Dennoch nimmt aufgrund des stetigen Bevölkerungswachstums die Luftverschmutzung in Ankara stark zu. Die alten Busse, Autos und das Fehlen einer umweltfreundlicheren Alternative tragen wesentlich dazu bei. Grünflächen in den ersten städtebaulichen Plänen der Jungen Republik war Ankara als grüne Stadt inmitten der kargen anatolischen Steppe geplant. Der zweite Stadtplaner Jansen plante sie in groben Zügen als anatolische Gartenstadt, so wurden große Grüngürtel angelegt, welche die Stadt in funktionelle Einheiten teilten. Eine größere Grünfläche im Westen der Stadt bildet die Waldfarm Atatürks. Ein landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Demonstrationsbetrieb des Gazi, der die Bevölkerung bis in die 80er mit Rohmilch, Milchprodukten und lokalem Bier versorgte. Für die Bewohner der Stadt wurden damals dreistöckige Häuser mit Hintergärten angelegt, die heute noch in der Siedlung Bad Schiljevla in einer kleinen Zahl übrig geblieben sind. Mit der einsetzenden Landflucht ab den 1950ern wurden die Grünflächen Baugrund für Plattenbauten. Ein bekannter zentraler Park ist der Gensalikpaki, der in der Bauzeit 1938 bis 1943 im Stadtteil Ulus fertiggestellt wurde. Er wurde als Erholungspark eröffnet und änderte seinen Charakter ab den 1950er Jahren stärker in Richtung Unterhaltungspark. Nach einer Grundsanierung 2006 ist er mit amtlichen Lichterfekten und Musikshows ein Ort für flanierende Familien. Zu den größten Parks der Stadt gehört der Altenpark im Stadtteil Altendag. Er wurde auf einem ehemaligen Golfplatz errichtet und 1991 fertiggestellt und bietet neben Erholung auch Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung. Hinzu kommen mehrere kleinere Parks, darunter der Kurtuluspaki, der Kugulupaki, der Gökčekpaki und der 50. Hjilpaki, der Wald der Technischen Universität im Süden der Stadt, war eine größere halbwegs bewaldete Grünfläche, die jedoch zunehmend bebaut wird. Was zu anhaltenden Protesten der Studierenden führt. Zu den landesweit bedeutendsten Friedhöfen gehört der türkische Staatsfriedhof im Stadtteil Yenimer Halle. Dieser beherbergt in seiner 536.000 Quadratmeter großen Fläche 61 Gräber ranghoher Offiziere und Generäle des türkischen Befreiungskriegs. Gräber von drei Staatspräsidenten und einem Ministerpräsidenten. Für das relativ moderne Projekt wurden die meisten Bestatteten dorthin umgebettet. Der ganze Friedhof ist mit Skulpturen durchzogen und beinhaltet ein Museum mit Habseligkeiten der Verstorbenen. Ein anderer Friedhof mit namhaften Bestatten ist der städtische Friedhof CBC im Stadtteil CBC. Er wurde in der Republikzeit als moderner Friedhof durch den Architekten Martin L. Sesser geplant und ist im Sinne des Laizismus konfessionell gemischt. Durch Erweiterungen in der jüngeren Zeit hat er seine alte Struktur verloren. Er gilt mittlerweile als zweitgrößter Friedhof der Stadt. Der größte zivile Friedhof ist der Kasiakar Friedhof mit einer Fläche von 2,89 Quadratkilometer.